Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, mein Name ist Mike Machulla und ich bin Trainer der SG Flensburg-Handewitt. In diesen Zeiten ist Solidarität und Zusammenhalt gefragt. Und deshalb unterstützen Sie bitte das tolle Projekt gemeinsam für die Region der Volks- und Raiffeisenbanken und helfen Sie mit und spenden Sie bitte für Tierparks, für die Tafeln oder für die Initiative Kein Kind ohne Sport. Helfen Sie mit, unterstützen Sie uns und vor allem bleiben Sie gesund.